Willkommen Freunde! Im nächsten Resident Evil 4 Part Jawollo Ha! Es geht weiter Wir stehen quasi kurz vor Krausers Spielplatz sag ich jetzt mal Der letzte Part hat an dieser Stelle hier geendet Und Ich bin so froh, dass wir die Butterfly auf auf volle Kanone aufgemaxt haben mit einer 50er Durchschlagskraft also Feuerkraft Alter, das Ding tut richtig weh Gut Okay Dann lasst uns mal anfangen Wird ein hattes Eisen hier drin Oh ja, grünes Kraut, sehr gut Haben wir denn schon eine Karte? Ja, wir haben eine Karte Hier ist der Ausgang und es ist so ein ja so ein ein kleines Labyrinth ist es nicht, weil es dann es erscheint einem zumindest als Labyrinth aber es geht dann doch sehr straight forward Ähm, ja Seht einfach selbst So Sie zwei sind jetzt sind nicht? Wo ist Ashley? Sie wollen wirklich wissen? Sie ist außerhalb dieser Garten aber Sie brauchen drei Insignienien für sie Was werden Sie tun, Krauser? Da ist einer im Norden und der andere im Süden Dann lass mich 猜ze Du hast den letzten einen Mhm Das bedeutet dass du auf einem starken Leash Es klingt wie du glaubst, dass das ziemlich gut geht Jo und da geht's auch los und glaubt mir mit Krauser ist hier nicht zu spaßen Der schießt der schmeißt Granaten Das ist eigentlich nur ein richtig übler Motherfucker und wenn ihr einen gewissen Punkt erreicht habt im Spiel dann verfolgt er euch und lässt erst dann wieder locker wenn wenn ihr ihn soweit habt Au, der tut aber weh Jo Und erst wenn er so eine Blendgranate wirft lässt er kurze Zeit von euch ab Das ist es Ja Ihr müsst den Penner echt Das war übrigens ein Zeitschloss Aber dadurch, dass wir Krauser so viel Lebensenergie abgezogen hatten Wow Mit der Magnum Shit! Oh, alter Ha! Ich seh nix! Oh, du bist so ein Stricher, alter! Wie er immer dem ersten Schuss ausweicht, ne Ich hasse ihn Ach, Krauser So, hier lag aber eben irgendwo noch Ja, genau Okay, weiter Nicht aufhalten lassen So, hier unten sind die Insignien Okay Okay Ähm Das heißt, wir müssen hier lang Ja Immer schön mit der Magnum drauf Dann Oh nein, die Dinger Dann gibt er meistens Nach einem Schuss Ruhe Alter! Gibt er meistens nach einem Schuss Ruhe Und erste Hilfe, nice Okay Hier oben ist nix Weiter im Text Ach, guck mal da Ich hätte ja fast übersehen das Kräutchen Nice Erstes Erstes Emblem Teil des Hülltiers Panther Ja Ja Jetzt Ein weiterer Kampf Mit oder gegen Krauser Je nachdem Ich bleib extra hier unten Unter der Brüstung Unter der Brüstung Bis er halt zu mir kommt Äh, was? Hatte ich nicht... Wie viel Lebensenergie hatte ich denn? Das hat nicht gereicht Okay Übertreibt's halt, Jungs Was ab hier? Ja Alter, was bist du denn du für ein Hurensohn? Ehrlich jetzt? Einen fucking ernst? Oh man, das geht ja... Es fängt ja schon wieder gut an hier Lassen sie mich von so weit hinten starten Äh... Hä 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 hä, got you off God Pisser Gehen wir denn auf den Sack, Junge? Achso, das war so eine Granate. Piss dich. Alter, ist das ein Arschloch. Mann, 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 Mann. So, komm. Mach hin, Junge. Gut, Leon. Hat er echt Gut, Leon gesagt? Okay, also zwei Magnum-Schuss, wenn er dich nicht bescheißt, so wie vorhin. Und der Kerl hält Ruhe. Und zwei Magnum-Schuss, ne? Mit einer 50er Feuerkraft. Das ist echt viel. Also, weiß ich ja nicht, aber... Der Kampf ist schon ein bisschen hart gemacht. Grauser, der alte Hurenbock. Unglaublich. Wo haben sie den denn eigentlich ausgegraben, ehrlich? So. Gut, Leon. Weiter. 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 Junge. Bist du ein dreckiger Bastard. Ich glaube, das macht er auf leicht nicht oder auf mittel. So ein Dick-Move. Ehrlich jetzt. Ach, nee. Die Dinger hasse ich. Ah, verreck. Sind nämlich echt so beschissene Spielzeuge im Boden. Oder? War doch hier. Genau. Was war das? Wie oft werde ich hier eigentlich noch um Lebensenergie beschissen? Könnt ihr mir das mal verraten? Ihr kleinen Schwänze. Ehrlich, also, das finde ich... Oh, Mann! Piss dich. Krieg ich wieder Aggresse hier. Scheiß Spiel. Und die Lebensenergie reicht jetzt wieder nicht. Kommt graus... Was ist denn das? Ähm... Sag mal. Jetzt mal ganz im Ernst. Aber... Was soll denn die Scheiße? Boah, nee, das tiltet mich jetzt gerade. Was hätte ich denn jetzt in der Situation eben machen sollen? Könnt ihr mir das mal verraten? Komm her, die Schnauze voll von dir und deinem dämlichen Spielzeugmesserchen da. Und die Schnauze voll von dir und deinem dämmlichen Spielzeugmesser? Und die Schnauze voll von dir und deinem dämmlichen Spielzeugmesser? Und die Schnauze voll von dir und deinem dämmlichen Spielzeugmesser? Ja, geht gut los, ne? Geht gut los! Haha! Alter, was? Alter, was? Was? Ich hasse dieses Spiel. Was ist das denn jetzt? Ich hatte volle Energie! Bullshit! Maximale volle Energie! Ja klar, zwei Keks, mhm. Was geht hier ab? Was zum Geier? Ah, jetzt bin ich nicht runtergefallen, oder wie? So, eins Bein, eins ins Gesicht. Äh, was, 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 was? Hallo? Hallo? Darf ich mal bitte in mein Menü? Ihr Wichser! So, da kenne ich jetzt nix. Fick dich. Tch! Alter! What ein Game! Übertriebener Schaden! Einfach nur übertrieben! Krauser, du Scheißkerl! Du warst mal so... Nee, das stand da nicht wirklich. Wollt ihr mich verarschen? Äh, mir fehlen echt die Worte, Leute. Wie du da beschissen warst in dem Game. Oh mein Gott. Oh, Pistole. Ganz wichtig. So, Adler. Was weiß ich? Löwe. Schlange. Oder Tiger. Oder Panther. Oder was ist das? Löwe nicht, aber egal. Oh Gott, oh Gott. So, ist die scheiß Burg abgeraucht. Dank der C4-Ladung. Na, das freut mich doch. So, es scheint, dass du auch Kräuser töten. Wie soll ich meine Appreation zurückgeben? Was hast du gesagt? Ich dachte, er war mit dir. Was hast du gesagt? Du glaubst wirklich, dass ich einen Amerikaner vertreten würde? Um zu sagen, die Wahrheit. Ich war mit dem, wie er rausgegangen ist. Aber dank dir, das ist nicht mehr notwendig. Du hast ihn nur gerade benutzt. Oh, ich muss es dir geben. Du hast ein paar Projekte gezeigt, indem du Kräuser töten. Las Plagas. Halt's, Baulseidler, du bist der Nächste. Ich lege euch alle um. Alle. Ach du Scheiße. Na, ach, ach, du. Oh, lieber Himmel. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Na, das ist doch mal ein Heli nach meinem Geschmack. Mhm. Lol. Ich ist da. Yeah. Yeah! Oh, shit!